Das sind ganz schöne Bäume hier. Schau mal, die sieht man sonst. Das Blätter ist nicht so schön. Sehr schön. Hier hinten. Ich weiss nicht, dass etwas hier so sieht. Die ganze Alpura-Schule wieder einmal. Das war der Zaun wie heute. Super Panorama heute. Krass. Das war schon lange drin. Und die Bäume. Die Bäume sind einfach der Hammerall. Die Bäume sind nicht so schön. 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 Die Bäume sind so schön. Die Bäume sind so schön. Das ist nicht mehr viel. Oh, toll! Oh! Oh! Da! Tof! Viel mehr Schnauble! Also, jetzt haben wir die Car-Trots gefunden. Die sind zwar nicht gross, aber ich habe hier einiges gemacht. Die sind auch hier. Die wären auch hier noch weitergegangen. Die ist jetzt zurückgewachsen. Und dann, als es auch hier unten ist, habe sie jetzt kaputt gemacht. Hier war sie wieder. Und da, da. 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 Was? Die haben sich so wohl gemacht. Ja. Das ist wohl speziell. Gerade vorne kommt man auf den Weg. Du kannst halt auf diesen. Aber hier vorne kommt die gleiche. Wo ist jetzt der Filo? Der Filo folgt nichts. Also nicht, was ein Efeu hat, hat das Wasser. Ein Efeu sucht das Wasser. Ja. Diese Linien hier. Krass. Aber ein Riesenbaum. Ja. Die Bäume sehen schon ganz anders aus. So ein Efeu. Viel grösser. Mächtiger. Jetzt ist es noch. Dann wollen wir die Arpen. Ja. Ja. Das ist gut. Ja. 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 So da. Wo irgend so ein gestörtes Kind das Grafiti aufgesprayt. Kein Respekt vor Altertum und so. Einfach. Idioten. Denkskrieg steuert. Idioten. Aber es ist schön hier. Was ist denn safer? Was ist das für ein fein? Eine Stelle, was man an den Körger ist? Was macht eine Körger? Angelegenheit? Als ich nicht mit der Körger ausgesprayte? Hier gibt esENDe den Körger. Wenn die Körger ausgesprayte, ist das so etwas mit der Körgerunst. Als ich nicht mehr beachtest, Und jetzt geht das zitiere. Das war ja. Also ist das ein Körger. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es ist gut so abgelehnt. Es ist so abgelehnt. Oh, da kommen wir wieder ab.